Wir sind scharf, geladen. Gluck, 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 gluck. Hier kann man sich eigentlich wunderbar unsichtbar machen. Und gucken, was passiert. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben sieben, die Fallensperre. Können wir da noch machen? Geht das? Scheiße. Die versauen mir jetzt den Teil hier. Die sind da drin, der Nase lang, gerade wieder. Fuck. Ja, machen wir es doch bitte schnell einsammeln, das völlig schneller, besser. Oh. Ich hasse es. Oh, hallo. Mach mal, Aldo. Scheiße. Über Kontaktminen. Schauen wir mal, was passiert da oben. Da oben ist einer. Boom. Man sind schon mal sehr fett. Oh, normal. So, sauber. Ja, toll. Ja, toll. Wo werde ich denn jetzt angeschossen? Bei welchem Wasser stehe, oder was? Da oben. Da ist er. Jetzt schauen wir mal. Ich möchte wieder unsichtbar sein. Bitte. Mach mal unsichtbar. Ja. Duah. Ja, wo? Ah, die Raketenwerfer, der da in der Ecke ist. Boah, dramatische Musik. Oh, so. Ich bin unsichtbar. Der Raketenwerfer ist ja awesome. Awesome. Den Bereich. So. Ich bin fertig gegessen. Ich helfe dir an die Person. Meinst du, ich sehe dich nicht? Fick dich doch. Scheiß wegen dir muss ich da extra nehmen. Das ist unglaublich. So, komm mal mit, du. Brav. Boah, da hat es ja mal wieder gebämpft, du. Eieieiei. Hast du gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Gut, ähm, dann. Lüftungsschacht. Wir gehen wieder zurück. Die Kontaktmedie hat keine berührt. Hä? Was? Wen hat es da? Oh. Das ist schon fies. Retten. Oh, retten. Wir machen mal Big Clisterkampf. So. Ja. Ist jetzt gut, solange er noch da ist. Äh. Gut. Okay. Ja, ging gerade schon ab hier. Die passt. Glaube ich. Geisteskrank. Gestörte. Alles mögliche. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich weiß nicht. Feuer. Mal wieder Feuer. Ich kann. Feuer, Feuer. Bist du tot. Warum auch immer sind sie gestorben. Tja, ich weiß es. Das baut so Pieperstationen. Kommt mir schon noch hin. Keine Sorge. Ich werde euch alle zeigen, in dem Let's Play. Nicht bin ich mal. Oh, da liegen sie in Sachen drunter. Ah, das ist ein Abschaltding. Okay. Ein Abschaltding. Also, um die Botter abzuschalten, wenn, wenn ich einen Alarm auslöse. So, um mal genau zu erklären. Kurz. Zum Beispiel hier. Boah, der jetzt nochmal. Fuck. Da ist er. Schalten ab, schalten ab, schalten ab. Boah. Ah, Visionen. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Ja. Kleine Süße. Ich war das Beste, was dir... Oh, scheiße. Ich war das Beste, was ich dir jemals hat sein können. Ah, das ist blöd. Jetzt hat... Wie so ein schöner Rambler. Der hat aber Schaden irgendwo schon gefressen. Oder nicht wegen mir. Machen wir jetzt noch nichts. Da ist irgendwo eine Kamera. Will ich noch nicht runter. Ah, okay. Da ist... Da war eine Kamera. Ich hab's doch gesagt. Oh, das war aber... Eigentlich dran vorbei. So, und dann muss man hier noch diese Tür hacken hier. Und dann können wir auch da rein. Sehr gut. Oh, es läuft doch hier wie im Schnörchen. Fast. Fast alles. Entschuldigung. Ah, erinnere ich noch mal wieder. Ich muss hier raus. Ja, sie ist älter geworden. Und sie hat auch gemerkt, dass das eigentlich alles ein Schmarrn ist. So. Na ja, gut. In dem Alter sind sie alle ein bisschen rebellisch. Sie ist... Sie war damals vielleicht, ich weiß nicht, fünf Jahre oder sieben Jahre alt. Sie ist jetzt so 18, 17. Nehme ich mal an. Verstecken geht's nicht. Tschüss mir. Tschüssi. So süße. Ping. Oh, 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 weg ist sie. Nein. Da soll ich nachhelfen? Da hängt sie nun. Das kann mir einfach nur manchmal an mir passieren. Das ist unglaublich. So. Jetzt bin ich mal unsichtbar. Spider-Splice haben wir schon lange keinen mehr gehabt. Fällt mir so gerade mal ein. Also hier Auto... Autos... Autopsie wie von Subject One. Hier, das ist oben da. Da, toll. Nichts passiert. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Doch. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Ja. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Tja, kommt vor. Darf ich jetzt gehen? Ne, wollen wir nicht. Also, wir bleiben schon noch hier. Wollen nur bloß kurz schauen, dass er mich in Ruhe lässt. Hallo. Ah, sonst muss ich es mir kaputt machen. So muss ich es mir kaputt machen. Und gerade da muss ein Big Daddy sein auch noch. Aber Big Daddy hat schon ein paar Schaden genommen, oder? Ist das so, Big Daddy? Das Blöde, ich habe ein Problem. Ich habe jetzt auch ein Problem, weil... Die greifen mich auch an, wenn ich einen Big Daddy angreife. Ja, dann... Ja, auch nicht besser. Ja, was macht's hier da? So. Hä? Macht die mal umsichtbar? Facken. Das ist das, was ich eigentlich gemeint habe, dass das nicht sein müsste. Schaut her, bin's. Ha! Dieser Patient läuft amok! Dieser Patient läuft amok! Kommen wir wieder? Tja. Was auch immer der gerade machen wollte. Er hat es nicht durchsetzen können. Er war nicht durchsetzungsfähig genug. Oh, du guckst schon, ey. Ja, kaputt gemacht halt. Scheiß, die waren... Aber dafür wären es woende Raketen drin. So. Wo habe ich denn jetzt eigentlich erwischt? Den Arm... Ah, da. Letch. Widerlich, einfach. Widerlich. Ja, locker. Ist klar, ne? Du kommst, du. Sackgesicht. Aber die sind relativ schnell kaputt. Du auch noch. Oh, nee. Aus dieser Distanz. Ah, los, dann wieder eine kleine geholt. Super. Wie es ist auch weghaut. Hans Brecht, ne Moni, danke. Wie es ist aber auch immer wieder wegschlägt. Die ist voller... Das ist eine Akrobatin, die hier. Die... Boah, die ist heiß. Und der... Ah, soll ich was gekauft werden? So. Der ist auch sehr akrobatisch gestorben. So, glaube ich. Ja, mei, mei, mei. Das ist... Ich wollte doch nur... Ich wollte doch nur... Anhören. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann... Ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Aha, ja. So. Lashreifen. Größe für Granatwerfer. Den werden wir auch nehmen. Okay. Jetzt können wir schon wieder mehr nehmen. Und das wird richtig heiß. Jetzt greife ich Big Daddy mit Wärmesuchen, weil ich habe jetzt ziemlich viele davon. Electro. Yeah. Abfotografieren muss ich nur Big Sister und... Andere so komische Heinis. Okay. Alles klar. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo der rumgestuppelt. Ne? Puh. Boom. Und nochmal einen. Der war... Der lag tot hier. Der lag hier tot? Also... Getan als tot. Boah. Okay. Ja, hat doch ganz schön was ausgehalten, der Bartsee. Mhm. Ja, hier ist er nicht mehr, oder? Da müsste doch mal einer hier sein, ey. Ich höre die noch. Es ist widerlich, wie die sich anhören. Ja, geisteskrank, ne? Glaublich. Aber... Hat reingehauen. Jo. Hat reingehauen. Wenn man ja auch mal den Schaden noch ein bisschen erhöht. Wo ist er denn? Ich höre echt nicht die Frage. Naja. Dann kreischt er halt irgendwo rum. Und hier hat er ja keine Ahnung, wo er jetzt rumstampft. Ach, da ist er. Ah. Okay. Dann suchen wir uns aber Platz hier, ne? Und schießt. Weil... Die Panzerfaust ist sehr, sehr langsam. Ja. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Aber... Oh. Ein Audiotagebuch hat er ja. Fragen Sie sich, Mr. Melzer. Ist es besser, als unbefugter Eindringen, in kurzer Hand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Rapture. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern, als an Ihre Liebe zu ihr. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch. Du bist ein unglücklicher Mensch. Ich habe adoptieren, schnell deine Tochter. Oh. Also, du bist Cindy. Ha. Hi, Cindy. Ha. Okay. Nice to meet you. So. Wo gibt's Hamham? Und natürlich dann wieder ein Big Sister Kampf irgendwann mal. Ah. Viele wird es nicht mehr geben. Oh, nee. Genau da. Okay. So, oderle. Ich kann mich erinnern, da gab es viel Bum, Bum. So. Wir versuchen es jetzt mal mit Köder wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Köder eigentlich wirklich hält. Dann machen wir den Köder hier. Oh, nee. So. Ähm. Dann schonen wir einfach unsere Reserven und drücken B. Das steht einfach so da. Ich bin der Protektor. Der ist wieder weg. Der hält aber lang. Und schon warte ich auf. Auf den. Ich hör den schon. Da. Gott sei Dank. Hört man den schon von Weitem, dass der kommt. Oh, so. Ich will dir doch nicht wehtun. Super. Nachladen von Adam. Äh, oder Eve. Nachladen mit Waffen. Ach, geh jetzt. Ich lass den einfach mal verkurkeln. Äh, ök. So, bist du fertig? Das geht ja echt jetzt. Rubbel die Katze, ne? So macht das dann schon Spaß, ne? So. Kleine. Wow. Das ist das letzte Mal, dass wir Großaddam sammeln werden. So. Okay, der Herr darf bitte. Ja, ha. Hi, Kilian. Äh, hi. Äh. Äh. Wir sind doch mal damals in die Schule gegangen, oder? Äh. Aber das hast du auch schon so gestunken. Das sag ich dir. No, 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 no. So. Au. Also weg vom Geschehen wieder. Ach, du Scheiße. Ne. Boah, Mann, der. Der muss Rückenschmerzen haben. Welche Leiche nun? So, bin ich schneller als er? Bin ich schneller als er? Bin ich schneller als er? Gott sei Dank. Du 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 du. Du 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 du. Weil ich der rührig bin. Was war es doch hier? Es geht. Loche. Na, vielleicht kommt er ja noch. Du 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 du. Geh runter, also. Okay. Alter, Walter. Ein langer Weg. Ah, der Zipfel ist es. Das ist schon meine Kamera, oder? Da. Warte, 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 warte. Die muss ich mit dem Speer... Ich mach das. Tchiiiihihi. Es ist so. Ich... Ach, es ist schön, oder? Gut, ähm... Wir bereiten uns vor, wieder... So klar, wir brauchen nur noch B drücken, weil... Komm, sammle einfach. Und dann haben wir das auch schon. Wir brauchen uns einfach nur einfach hier hinstellen, eigentlich, und unsichtbar sein, und so. Alles andere erledigt sich dann schon. Die Kamera ist da! Und... Und... Schon ist er keine Gefahr mehr. Dann keine Gefahr mehr. Und er brennt auf fleißig. Und... So, nur ein kleines Täter-Täter-Täter. Kleines Täter-Täter-Täter-Täter. Täter-Täter-Täter-Täter-Täter. du bist doch total gestört die paar Treffe die sie mir jetzt da dazu fügen oh hoppla oh du bist weggeflutscht ach so noch einer ich glaube das war auch die letzte letzte Little Sister ehrlich gesagt die mir retten ich glaube da kommt echt nichts mehr also so ist es nun mal ich habe diese Befürchtung gut wie viel haben wir denn davon machen wir lieber Eis eigentlich hat mir die Köder überhaupt nichts gebracht ok ehrlich gesagt könnte ich schon noch paar Panzerbrechenden Munis kaufen aber wisst ihr was ich mache sie mal ein bisschen ich mache ihr mal ein bisschen heiß ja ich mache ihr ein bisschen heiß und dazu natürlich noch Kämmerchen brauchen wir noch müssen sie ja nochmal abfotografieren so wir haben auch noch eine Kamera so jetzt kommt sie wieder die Bitch 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 Ja was das ist ganz schlecht ein Geschenk okay ist ganz blöd jetzt oh scheiße ich habe mich bewegt unsiehbar Bitch es geht in die fünfte Runde glaube ich ja müsste hier auftauchen die 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 bahn das macht eigentlich irgendwie ist gar kein schaden hochbohr papier das ist der letzte forschungsrang jetzt fehlen uns nur noch die blutfleißer also wenn ich das ausrüste und jemand mit dem bohrer attackiere ich lebensenergie da ich eh den bohr kaum benutzen werde wenn sie um dieses wendige stück ich werde doch nicht gegen dich verlieren jetzt hat so du noch das ist die biester auch so viel für aushalten mit dem ich was wir jetzt hier haben unglaublich wir haben alle gerettet somit haben wir glaube ich auch wir haben auch alle pflanzen wir haben das abgeschlossen hier oder ja nicht ganz ich will ja noch was zeigen schon klar aber wir kaufen jetzt uns was ein ah ja genau wir haben ja hier noch das hier so wir haben 100 dollar 250 eidem kuchen mit creme füllung merci so wir kaufen uns electrobot 3 so jetzt bewirkt jeder angriff kettenblitze lade sie auf jeder blitz trifft mehr als einen gegner hiermit können sie den feind mit einem tödlichen sturm attackieren au gut das wäre erledigt wenn der blast was wo sind meine kleinen bienchen hier verwende gefallene gegner in tödlich also verwandling gefallene gegner in tödliche fallen züchten sie noch bessere insekten schwärme verstecken sich in toten gegnern und warten auf weitere beute ja das hört sich schon so pervers an dann abwackeln zwar bei jedem gebrauch von abwackeln geht jetzt eine feuerbombe hoch geil exklusives feuer aus dem handgelenk ideal um gegner mit einem flammenstoß umzupusten pust pust und winterblast hat auch nochmal 200 verdient sonst brauchen wir eigentlich kaum noch was jetzt bewirkt jeder winterblast dass deine gegner zu einem eisblock werden wunderbar voll upgrade frieren sie ihre gegner blitzschnell ein zur verwendung um einen verheerenden eissturm auf den gegner loszulassen auch Gott bin ich voll gespleist auch hoi befolgt ist bleist Prozent RR die 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 okay nah Prozent Prozent der Kant wenn ich will für mich zu sein alle reiztet das und da bist jetzt hier eigentlich, Mann. Was ist das hier? Oh, da kämpfen sie gegeneinander. Da halten wir uns eigentlich jetzt hier raus. Wartet, wartet, wartet. Den erledige ich lieber mit einem gekonnten Schick weg. Gut. Ich lade mich besser mal auf, kurz. Wegen dem... Ich habe ja Geld jetzt wieder, aber mir ist ja einiges ausgegangen. Wenn sich zwei streiten, fällt sich der dritte so, nach dem Motto. Ja. Panzer, 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 Panzer! Hier gibt es keine Anti-Personen-Kugeln, wie ich merke. Out. Und Hacking, Hacking. Sehr gut. So. Also, Hacking, Hacking, Hacking haben wir gemacht. So. Wir brauchen unbedingt wieder Anti-Personen gucken. Aber das tut es auch vielleicht. So. Manchmal. Das ist ein ganz normaler. Was hat er denn jetzt gerade da jemand umgebracht? Die haben da... Also, ein Alpha hat gegen ein Big Daddy gekämpft jetzt gerade. Ne? Das war so cool. Und hier irgendwo ist ein Speer gelandet von mir. Weiß jetzt aber nicht wo. Oh, Panzerbrechende, gut. Hier noch irgendwas, was ich nicht mitnehmen konnte vorhin. Nein. Gut, da gab es nämlich noch ein Loch. Dann wollte ich gerne mal reinhüpfen noch. Ja. Oh, Panzerbrechende, Muni. Jetzt habe ich... Oh, da musst du mich jetzt schrecken.